Mecklenburg-Popommern ruft und die Action-Open-Air-Bühne ist wahnsinnig toll. Wir hatten letztes Jahr wahnsinnig viel Spaß, zehnjähriges Jubiläum im letzten Jahr, ganz, ganz viele Zuschauer. Wir haben eine Bühne, passen 1500 Leute hin und das ist wirklich ein großes, großes Spektakel, kann ich nur jedem empfehlen. Diesmal gibt es Sturm über den Kaimans und ich verkörpere einen Kapitän, der über die Insel wacht, sozusagen. Mein Name wird sein Captain Benjamin Horning-Gold. Ich heiße Dolores Tuff und ich bin für die Wirtschaft zuständig. Das heißt, alles, was an Handel rein und raus geht, dafür bin ich zuständig, das bewerte ich, das verteile ich und das kommt an mir nicht vorbei. Ja, und da sind mir die Piraten sehr wahrscheinlich doch auch ein bisschen, habe ich Respekt vor, würde ich mal sagen. Ich hatte ein wunderbares Erlebnis mit den Wölfen. Und wenn man sich da hinstellt, wenn nicht so viel los ist und anfangen zu heulen, dann stehen die alle in einer Reihe da und heulen mit. Das müssen sie mal erleben. Viel Spaß dabei. Kommen Sie nach Grevensmühlen. Das ist ganz nah bei Berlin. Glauben Sie es mir.